ich werde hier gibt es auch Pfeile Note 3 dann haben wir jetzt gefällt oder nö ja eigentlich schon ich sag ja wir sollten zuerst zur Burg gehen aber egal ne 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 komm da müssen wir wieder gehen das ist jetzt alles gar nicht geschehen alles gar nicht geschehen wir müssen eigentlich schon der Reihe nach ich aber bleiben wir wirklich mal hier bis jetzt die Nacht vorbei ist komm ach schmarrn auch willst du unbedingt sterben weil ich hier oben steht durch die Bogen mal noch mal zurück das können wir doch ausgaben ja wie wir da stehen wir müssen jetzt zur Burg hoch ja dann gehen wir doch jetzt zur Burg wo geht's zur Burg ich hab hier nur Zombie und mein Goldschwert ist fast Schrott hast du dein Holzschwert noch ich glaub es wäre sogar besser ja oh Creeper WTF gehen wir einfach wieder noch ein Creeper Scheiße fuck you noch einer noch einer fuck WTF Scheiße was soll's komm gehen wir hoch in die Burg aber in der Burg sind Spawner ich warne dich nur mal vor ich setz jetzt hier mal oh 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 hier ist du kriegst mal hier ein Holzschwert bitte Dankeschön hier ist Note 2 die lese ich mal und du beschützt mich ähm ähm Note 2 ähm als wir die Burg betreten haben wissen wir dass hier irgendwas nicht stimmt es fehlen die Einwohner und die Kreaturen ähm äh sind und es gibt sehr und hier sind sehr äh ja komische Kreaturen ähm gefährliche du siehst ein äh Stück Papier auf dem Sitz vom ähm auf dem Thron liegen und hebst es auf ähm da steht ähm ja die Insel wird untergehen sie greifen uns von unter der Erde an was auch immer sie sind ähm die ähm wird äh ähm 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 äh gab es ein Erdbeben und unsere Minen die Minen sind eingestürzt ähm was haben wir da noch so ähm ja ähm keine ähm da der Leiter der Mine ähm greift die ganze Zeit noch tiefer obwohl es sehr gefährlich ist es muss einen Grund geben warum er so viel gräbt er weiß dass da irgendetwas ist aber er sagt uns nichts ähm und so weiter und so fort ich bin jetzt zu faul alles durchzulesen Hauptsache wir haben ein bisschen Storyline ich höre da gerade ein Slime echt immer wieder aber warte nicht oben hier habe ich ein Cake entdeckt ein Cake und ich bin Cake geil ich will auch was Cake weg The Cake is a lie ja ey ey das ist echt so ein Paper aber das Paper bringt mir tatsächlich wenig oder ja das ist halt jetzt nur für die Story dazu ähm ja dann gehen wir mal nach oben hier die Treppen ah pass auf ich glaub da oben ich mein hier kann überall was spawnen zum Beispiel Creeper sag ich doch mein Goldschwert ist weg Andi wo bist du hier oben ich hab ihn getötet hier ist noch ein zweiter irgendwo das erste Mal in meinem Leben dass ich das geschafft habe du kannst hochkommen Oli ja im LP Mycroft Mycroft Together Let's Play Werbung ähm hab ich sie auch schon geschafft na ich aber nicht ja aber ich hö 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 strange Scott Hardy aka Krimnox strange ey Kiste Apfel und Steinschwert und Suppe du kriegst das Steinschwert mal auch ja bitte du hast hier schon eins ähm ja weiter ich schau immer hier noch in die Ecken ey du die Map ist ja Hammer Oli also du hast nicht du hast nicht gelogen sag ich doch und hier sind irgendwo Betten wo wir uns schlafen ey schau mal ich kann nur lang laufen ich weiß das ist ein Weg aber das machen wir wann an das machen wir nicht jetzt komm mal zurück komm mal zurück bitte ähm hier ist gibt's nämlich irgendwo Betten das weiß ich noch ähm die Fackel die brauchst du doch gar nicht da vorne sind Skelette hab ich gehört irgendwo ok geben wir noch einen Stockwerk höher aber warte mal wir haben hier doch noch gar nichts alles erkundet schau hier geht's auch hoch echt? betten betten du gehst du nimmst das Zimmer ich nehm das daneben inklusive Rüstung perfekt jetzt muss ich mir aber noch deins anschauen ja ist genau so ich hab Eisenstiefel komm hey und im anderen sind noch zwei Rad Corps und ein Stick aber leg dich jetzt bitte zuerst mal Pennen aber mach die Tür zu dann dann ist mir schon klar Oli ja ne let's play ne nicht let's play privat Server dein Server ok Oli jetzt müsste es eigentlich aufgehört haben zu regnen ja es hat aufgehört zu regnen endlich kein Scheiße runtergefallen roffel ach da sind auch noch welche note a shirf Matt fell into the water under the dogs oh ja das sind seine Überreste ich nehm den Helm nein sch- ah doch ich hab ihn nehm mit einem Freiskart mal die Knochen oder? brauchen wir doch nicht das ist doch nur den ich auch au sorry oh Eisenschwert Eisenschwert hab ich Ernestin du kannst doch das Steinschwert haben das andere dann schau aber dafür mal ey aber dann nehm ich den Ironhound ja kannst du haben ich hab schon ein hey Moment wo ist denn der jetzt? ah da blinder Fischig na komm dann gehen wir jetzt mal den anderen Weg nach oben very strange man hast ja Hammer gemacht man eulich bin begeistert so kommst du gut nicht schubs oh was haben wir hier hier sind wir außen ah Creeper 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 zwei Creeper einen konnte ich töten thanks Kiste äh Lederohrteil brauch ich nicht hey noch ein Creeper da drin bitteschön bitteschön was haben wir hier holzschwert noch ein bodenschwert ein bodenschwert hier drüben ist noch ein ein Ziegelstein wow Pfeile und Leder Leder super hier können wir uns jetzt noch was fehlt mir noch mir fehlt noch ne Hose ich hatte grad Leder im Inventar und dann ist es weg gewesen ich mach mir jetzt ne Lederhose ich bin ja wir sind ja aus Bayern da gehört das dazu Apfel ein Stick weiß ich nicht ob ich das jetzt gut fand dass du es hier gedacht hast ey wir sind aus Bayern Lederhose gehört dazu ist doch so das reicht was solltest du daran nicht gut finden ey und die das Zeug hier lassen wir einfach stehen oder was für Zeug ja hier ja zum Rüstung Essen Holzschwert auch mal das nicht ich hab grad Diamanten geholt ich glaub das ist wichtiger oh scheiße scheiße äh Olli ich hatte grad so Lack Olli wow nein verdammt Fail Überhaupt gar nicht WTF Schau dass du überlebst ist idiotensicher gebaut hier das ganze Meer voller Grafik Fails wo ohne Regen wo ohne Regen ich weiß dass es eigentlich Cheat war dass die ganze Map eigentlich mit Regen hätte sein sollen aber ähm ohne Regen für ein Let's Play ist das viel besser Ach ne komm mit Regen wär schöner gewesen aber da hört man doch nix komm wo jetzt können wir zu diesem Hinweis 3 gehen zu dem Haus Hä warum gehen wir nicht erstmal diesen Weg rund um die Burg ähm Hä Moment auf dem Glastower Oh ich hab noch was gefunden nein da gehen wir ach so das ist das Creeperloch auf welchem Tower auf diesem Glastower ähm hier geht's auch noch weiter nach oben ey und ich hab Fackeln gefunden wo bist denn du? diese Glastower und ein Brick und ein Holzschwert und da aber ja ich hab jetzt mal gedacht dass man das kann immer wieder runter sehr gut so dann gehen wir wieder runter und gehen wir mal zu diesem Haus und danach ist ja und danach machen wir eine Aufnahmepause komm mal hier wieder ich muss ähm komm mal wieder ganz runter musst du aufhören jo wir haben ja heute schon Escape Island aufgenommen Escape Island Let's Play Schleichwerbung WTF ich bin so ein Failermann bist du tot? nee kurz davor boah brauchst du essen? ich hab noch ungefähr doppelt zu viel wie du glaub ich ich hab gar nichts das doppelte von null äh kann ich was haben wo bist denn du? ja wo bist du? ah ich bin neben dir ja du kannst das haben ich find auch mal nett sein da ich hör ein Skelett ich hör ein Skelett übrigens ich ess mal einen Fisch omnomnom ähm ja dann gehen wir jetzt mal wieder zu diesem Haus oder? das ist ein Skelett ja machs mal oder? so ichs mach ich hab Feile ich hab ja nicht ich hab ja Angst es brennt ja nicht 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 es war ja im Wasser ok jo dann würde ich sagen schauen wir mal dass wir zu diesem Note 3 kommen jo warte bleibt ganz kurz stehen ok weiter gehts wo ging's lang? geh mal einfach mal da außen rum warte mich ich muss jetzt nochmal kurz aufs Docks schauen was auch immer das ist ah da stand doch irgendwer ist unter den Docks gestorben da ist doch bestimmt was ist ja auch was ja stimmt hast recht 3 Paper und Stick wow super aber alles gut du hast ich wollte mir wäre es nicht mehr eingefallen na na gut da kommt kommt wieder raus bin ich schon nein bis nicht nicht mehr ich bin noch näher bei dir so hier war das das Haus mit ähm Notreier ich glaub schon dann geht immer da jetzt hin zu Not Not 3 so ähm so ähm was haben wir hier Not 3 3 2 4 4 5